Lieber Evan Hansen, heute wird ein toller Tag. Und ich sag dir warum. Hast du die Briefe an dich selbst für Dr. Sherman geschrieben? Hab's versucht. Denkst du auch auf dich bin? Einfach ganz allein? Da hat keiner drauf unterschrieben. Jetzt können wir so tun, als hätten wir Freunde. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Ich wünschte, alles wäre anders. Ich wünschte, ich wäre ein Teil von etwas. Ich wünschte, es wäre von Bedeutung, was ich sage. Lieber Evan Hansen. Ja? Ja, das ist meiner. Ich nehme ihn. Warte, ich brauche ihn. Gib ihn zurück. Connor hat mir einen Brief weggenommen. Es war eine Aufgabe von meinem Therapeuten. Auch wenn dich die Dunkelheit erdrückt. Connors Mutter und Stiefvater wollen dich sehen. Wenn du einen Freund brauchst, wie verrückt. Connor wollte, dass du den kriegst. Wenn deine Angst dich fast zerstört. Lieber Evan Hansen, er hat ihn an dich geschrieben. Seine letzten Worte. Connor hat sich das Leben genommen. Wie bitte? Connor hat das nicht geschrieben. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Bitte. Was ist das? Du wirst gehört. Wir dachten, Connor hätte keine Freunde. Du willst diesen Leuten sagen, dass das Einzige, was sie noch von ihrem Sohn haben, dein Brief an dich selbst ist? Also, du und Connor, erzähl uns doch bitte etwas. Also, ich fing an zu reden und konnte... Wie auch, das wollten sie auch nicht. Ich stelle eine Gedenkfeier auf die Beine. Möchtest du etwas beitragen? Connor hat mir gezeigt, dass ich nicht allein bin. Niemand ist allein. Lass die dunklen Zeiten einfach ziehen. Manchmal wird's auch besser. Sicher kriegst du's wieder hin. Ich wusste nicht, dass du so leid bist. Und haut es dich mal wirklich aus dem Stand. Vielen Menschen geht es so wie uns. Irgendwie erreicht. Reicht dir die Hand. Die Leute haben es geteilt und jetzt ist es überall. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Du warst es. Du weißt nicht, wie viel du meiner Familie gegeben hast. Und mir. Du bist gehört. Lass die Sonne zu dir rein. Halt dir auf, du bist nicht allein. Schau dich um, du gehst nicht mehr. Warst du je mit ihm befreundet? Du bist gehört. So ein Chaos hab ich nie anrichten wollen. Ich wollte nur helfen. Wenn du wüsstest, wer ich bin. Du bist nicht allein. Wie kaputt ich wirklich bin. Du bist nicht allein. Ich weiß schon, wer du bist. Du bist nicht allein. Und ich liebe dich. Du bist gehört. Ich muss das Ihnen sagen. 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 Vielen Dank.